In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Scans aus Leganto heraus bestellen können. Bitte prüfen Sie vorab, ob es zu dem Titel eventuell schon ein E-Book in unserem Katalog gibt. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, klicken Sie auf den gewünschten Titel in Ihrer Literaturliste, dann auf Scanauftrag. Es dauert etwas, bis sich das Menü aufbaut. Dann klicken Sie wieder auf Scanauftrag und füllen das folgende Formular aus. Nachdem Sie alle notwendigen Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf Absenden. Wir scannen den Artikel dann und hängen die Datei in Ihrer Liste am entsprechenden Titel an. Bitte beachten Sie das Urheberrecht vor Absenden eines Scanauftrags. Sie können maximal 15% eines Gesamtwerkes scannen lassen. Einzelne Artikel sind hiervon ausgenommen. Sie können einen vollständigen Artikel scannen lassen, auch wenn dieser 15% des Gesamtwerkes überschreitet. Sie können um 10% des Gesamtwerkes überschreiten. Sie können um 10% des Gesamtwerkes befestigen.